Ein Asylheim vor deiner Haustüre? Mit uns sicher nicht. ÖVP, SPÖ und Grüne haben die Steiermark mit über 500 Asylheimen zugepflastert. Wer nicht möchte, dass bald jeder Steierer ein Asylheim vor seine Haustüre hingestellt bekommt, kommt am besten am Freitag, den 30. Juni, auf dem Leobner Hauptplatz und protestiert mit Herbert Kickl und Maria Kunasek gegen das Asylgroßquartier. Leoben muss der Beginn einer Schließungswelle sein. Dafür treten wir ein.